und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemm aus steinbaus heute mal mit einem set mit dem ich schon vor über zwei jahren einmal liebäugelt habe aber damals war mir der preis einfach noch zu hoch denn damals hat dieses modpricks set die 18267005 noch 40 euro gekostet was mir für 742 teile einfach zu viel war und auch für das was hier auf den ersten blick geliefert wird dieses set wird aber immer noch verkauft und modpricks hat den preis angepasst momentan kostet dieses set noch 26 euro 99 und da haben sie mich bekommen mit den movie cars in diesem video werde ich auch obwohl hier keine lizenzen drauf sind die namen der fahrzeuge nennen denn wir reden hier über movie cars und es wäre jetzt quatsch das hier weißes auto und das schwarzes auto zu nennen sondern man muss es eben klar so bezeichnen wie eben diese fahrzeuge auch das vorbild darstellen sollen und da haben wir natürlich einmal kit aus nightrider wir haben den lotus esprit aus der spion der mich liebte von james bond und wir haben natürlich den delorean aus zurück in die zukunft den wir hier als dreierpack kaufen können und darauf freue ich mich schon sehr denn das sind wirklich ikonische fahrzeuge also für mich ist tatsächlich der delorean zumindest von den kindheitserinnerungen an zurück an die zukunft das coolste auto überhaupt ich glaube aber das sehen viele von euch anders und deshalb schreibt auch jetzt schon mal gerne in die kommentare welches von diesen fahrzeugen ist für euch von eurer kindheit oder auch generell das coolste auto das in diesem set hier vorkommt das set ist laut modrix ab 12 plus geeignet und die verpackung ist jetzt nicht unbedingt die spannendste das finde ich aber auch gar nicht so schlimm denn ich finde auch dieses nicht allzu aufwendige design passt trotzdem sehr sehr gut zu den filmfahrzeugen was noch interessant ist bei der verpackung wir haben auf beiden seiten die setnummer und die altersangabe sowie die teilanzahl stehen man kann also beides als vorderseite verwenden und wir haben auf der ich nenne es mal rückseite noch mal die angepassten versionen von den fahrzeugen also der fliegende delorean dann kit einfach noch mal aus einer anderen perspektive und den lotus esprit der taucht viel mehr gibt es ja aber gar nicht mehr bei der packung zu entdecken und dementsprechend würde ich sagen machen wir das ganze mal auf und schauen uns zusammen die steine tüten und die anleitung an und wir finden innen noch einen weiteren innen karton und was ich bei diesem set hier ganz cool finde auch wenn es wieder einige plastik tüten mehr sind wir haben hier augenscheinlich alle drei fahrzeuge einzeln in tüten verpackt und auch in jedem fahrzeug einzeln noch mal eine anleitung drin ich finde das ist auf jeden fall eine coole idee um dieses set vielleicht in familie oder mit freunden zu bauen und dann kann jeder hier sein lieblings fahrzeug draus bauen also für die idee gibt es von mir schon mal für modbricks einen daumen nach oben ich habe jetzt einfach zufällig eine tüte gegriffen und die geöffnet und es ist direkt der delorean geworden ihr seht hier also die steine von dem delorean schon mal liegen über die qualität reden wir natürlich während des baus und ich nehme mal jetzt auch diese anleitung exemplarisch für alle anderen anleitungen mit diese schauen wir uns komplett an die anderen dann nur noch die bauschritt anzahl und die seiten zahl beim delorean haben wir auf jeden fall eine ordentliche papierqualität die ist auch ziemlich dick für so ein kleines fahrzeug sie ist auf jeden fall klammer gebunden und wir haben recht große abbildungen in denen man sich auch gut orientieren kann wie wir das von modbricks kennen wird hier nichts ausgegraut oder verblasst dargestellt sondern es wird alles weiterhin vollfarbe dargestellt und die neuen teile werden rot umrandet und insgesamt haben wir hier 56 seiten bis der delorean fertig gebaut ist und was ich sehr gut finde wir haben auch eine teile liste ihr könnt euch das video wie immer gerne an der stelle die euch am meisten interessiert anhalten ich freue mich auf jeden fall schon sehr auf den bau vor allem weil der zufall ist so wollte dass ich direkt den delorean gegriffen habe und dementsprechend würde ich sagen ich fange jetzt auch an zu bauen und wir sehen uns dann gleich mit dem fertigen delorean wieder ich denke wir werden hier keinen zwischenbauschritt benötigen und damit ist das erste fahrzeug der delorean aus zurück in die zukunft auch schon fertig wir haben in dem fahrzeug zwei versionen ich zeige euch in dem fall jetzt die version auf dem stand mit der feuerspur hinter sich und eben auf den normalen reifen also fahrend aber kurz zum stand von der fliegenden version denn hier hat modbricks wirklich die milchigsten trans teile abgeliefert die ich je gesehen habe die kann man ja schon fast nicht mehr als trends verkaufen das hat ja schon ein bisschen was von weiß und das finde ich steine qualitätsmäßig sehr enttäuschend andererseits fand ich aber zumindest bei dem delorean die steine qualität von der verbaubarkeit für modbricks verhältnisse ziemlich gut und auch die fliesen sind hier nicht so stark angekratzt wie aus anderen modbricks sets die wir auch hier auf dem kanal schon vorher angeschaut haben also für modbricks verhältnisse ist zumindest beim delorean die steine qualität bisher recht gut insgesamt reden wir über die steine qualität aber natürlich noch einmal wenn wir auch wirklich jedes fahrzeug daraus gebaut haben zu beginn bauen wir hier also den stand und allein auf diesen stand fallen eben schon sehr sehr viele teile zurück und das lässt natürlich am ende die teile anzahl sehr schön hoch dastehen bei den flammen ist das ja noch nachvollziehbar und ich finde die passen zu dem stand auch sehr sehr gut und natürlich auch zum filmthema aber an anderen stellen von dem fahrzeug findet man leider wirklich hundertprozentig beweisbare teiltreiberei damit die zahl am ende höher erscheint als sie sein müsste denn man hat ja hin und wieder mal teile wo man sagt das hätte man anders lösen können aber man sagt dann in dem fall zum beispiel die zweier plates die waren eben drin und die vierer plates hätte man extra reinlegen müssen und das hätte dann die produktionskosten in die höhe schießen lassen beziehungsweise in dem fall dann die verpackungskosten wenn eine andere steine art reinkommt in das set in diesem fall haben wir aber auch einige punkte ich blende euch hier mal beispiele ein wo das eben nicht so ist wo wir zwei geteilte plates verbauen aber man die große steinart auch in diesem fahrzeug verbaut und es dementsprechend eben sinnlos ist hier die kleineren steine zu nehmen durch die großen steine hätte man sogar noch mehr stabilität erreicht und dann sind wir eben bei dem punkt von der steintreiberei angekommen und das ist durchaus kritisierbar denn man kann durchaus auch kleinteilig bauen wenn es das set besser macht aber nur damit man dann eine höhere steine anzahl hat mit kleinen teilen zu bauen das ist dann etwas schäbig und so kommt es nämlich auch dazu dass wir hier ein sechs noppen und eben nicht acht noppen breites fahrzeug haben also wir haben hier ein fahrzeug das an die alten speed champions angelehnt ist aber zumindest von der länge dann auch noch etwas kürzer ist als alte speed champions obwohl es von der teilanzahl durchaus auch mit drei acht noppen fahrzeugen gepasst hätte das liegt natürlich daran dass wir die stanz haben und die stanz kritisiere ich auch nicht aber meiner meinung nach hätte man für den originalen preis hier acht noppen fahrzeuge reinbringen müssen und nicht die sechs noppen varianten denn für sechs noppen haben sie den delorean immer noch ganz gut dargestellt das muss man ihnen lassen für die sechs noppen haben sie hier wirklich alles rausgeholt was man aus einem sechs noppen delorean rausholen konnte aber mit acht noppen wäre da natürlich noch mehr gegangen und was mich massiv stört sind bei den fahrzeugen die geländereifen die hier drauf verbaut sind die passen zum fahrzeug gar nicht und natürlich kann man sich dann zum beispiel auf replicable lego reifen bestellen die eben besser zu dem fahrzeug passen aber das kann ja nicht das ziel sein wenn dieses set wie gesagt ja an sich schon original einen stolzen preis hatte was mir aber gut gefallen hat ist dass wir hier tatsächlich noch die funktion von den flügeltüren drin haben und die können wir eben auch schließen dann haben wir diese außen ansicht vom delorean wie gesagt für sechs noppen ist das völlig okay aber wir können sie auch offen haben um dann ins innere reinzuschauen aber mehr als ein lenkrad und einen schaltknüppel haben wir in dem fahrzeug sowieso nicht wie gesagt für sechs noppen haben sie hier einiges rausgeholt und ich finde das ganze als set idee auch ganz cool ich würde es mir auch als fan der serie zurück in die zukunft ins regal stellen aber es wäre wenn wir den originalen preis einfach mal durch drei teilen wo wir ja dann bei diesem fahrzeug hier wären mir auf jeden fall viel zu teuer für den jetzigen preis den ich bezahlt habe finde ich es aber noch okay da müssen jetzt aber auch die zwei anderen fahrzeuge mindestens auf demselben level abliefern ob das so ist finden wir natürlich zusammen raus und ich würde sagen ich fange jetzt einfach mal an kit zu bauen bevor wir jetzt den fertigen kit sehen habt ihr wie versprochen auch noch mal von ihm die komplette teile liste und damit seht ihr jetzt auch schon kit von nightrider und währenddessen ich den delorean aus zurück in die zukunft ja noch ganz in ordnung fand muss ich sagen offenbar ist das dieser hier doch schon einige mehr schwachstellen was bevor wir überhaupt über das auto reden im raum steht ist natürlich der untergrund also die farbwahl der untergrund plates ist ja mal eine komplette katastrophe ich weiß nicht wer sich das ausgedacht hat und ja vielleicht soll das farblich an das 1982 intro weil das ja alles in so einem violetten und dunkelvioletten ton ist und das intro ist richtig cool keine frage aber die betonung liegt dort auf violett und nicht schweinchen rosa also das finde ich ist eine mittelschwere katastrophe da hätten sie sich einen gefallen getan wenn sie einfach wie beim delorean irgendwas graues drunter gebaut hätten aber das sieht echt nicht gut aus wir haben natürlich hier das gleiche reifen problem wie beim delorean ich packe euch hier noch einmal die lego teilen nummer rein damit ihr vielleicht dort wenn ihr dieses set hier kaufen wollt unbedingt nach dieser review ersatz dafür kaufen könnt weil das sieht einfach nicht gut aus solche reifen gehören auf einen suv aber eben nicht auf ein normales straßenfahrzeug auch von der steinequalität hat mich jetzt kit viel weniger überzeugt als der delorean denn auf schwarz fallen natürlich matte fliesen und kratzer auf den fliesen sofort auf und das ist bei dem schon wirklich wirklich extrem auch die scheibe sehr zerkratzt das war beim delorean besser aber immerhin sind die nur getönt und nicht milchig von der verbaubarkeit waren die steine hier ganz in ordnung mal sind sie recht fest und etwas störrisch beim verbauen und mal gehen sie butterweich aber das ist alles noch in ordnung für modbricks denn ja hier handelt es sich um ältere modbricks sets da ist man nicht die beste steinequalität gewöhnt trotzdem muss ich das hier natürlich ansprechen denn diese sets werden momentan immer noch verkauft mit genau diesem stein ihr seht es ja an diesem set ich habe dieses set ja aktuell erworben und natürlich wissen wir als klemmbaustein freunde dass modbricks hin und wieder vielleicht nicht die besten steine hatte gerade wenn es noch alte modbricks set nummern sind der otto normalverbraucher weiß das aber nicht und wenn er dann so ein set kauft und ist davon enttäuscht dann kann natürlich hängen bleiben die alternativen können doch nichts wenn das vielleicht das erste set nach vielen jahren nur lego bauen ist und das verbaut natürlich dieser person dann die große tolle welt von klemmbausteinen auch von alternativen herstellern und deshalb finde ich solche sets einfach nicht schön dass die immer noch auf den markt geschachert werden und es gebe ja die möglichkeit wenn man sagt dass es alte ware die ist nicht mehr auf unserem jetzigen guten stand dann muss man es eben zum beispiel als bware verkaufen und dann wissen die leute direkt okay hier sind vielleicht zerkratzte teile und die steine qualität ist nicht die beste denn ich habe hier bware gekauft aber so eine markierung gibt es bei modbricks eben nicht und deshalb sehe ich da die eben angesprochene gefahr designmäßig finde ich kit aber für die sechs noppen immer noch recht gut gelungen hier hat der designer wirklich wieder alles rausgeholt was in sechs noppen möglich war mit der steineanzahl die er hier verbauen durfte aber auch wenn es sich hier durchzieht dass wir bei dem delorean die flügeltüren haben und hier jetzt normale türen die wir öffnen können so hätte ich es hier besser gefunden wenn sie keine türen eingebaut hätten denn durch das gelenk haben wir natürlich ein spalt der echt nicht so schön aussieht und da geht das auf der kamera mal noch das sieht in echt noch schlimmer aus weil da das licht noch viel mehr durch scheint und so schön dass man den innenraum unbedingt zeigen muss ist der dann auch nicht also ich hätte hier auf die türen verzichtet also kit finde ich schwächer als den delorean ich hoffe natürlich dass wir jetzt beim finalen fahrzeug noch einmal etwas mehr spaß haben und dass dieses fahrzeug dieses set vielleicht noch retten kann schweinchen rosa bevor wir uns jetzt den lotus esprit anschauen habt ihr hier natürlich noch einmal die teile liste und hier steht auch schon das gute stück auch natürlich wieder mit stand obwohl hier leider meiner meinung nach die bezeichnung gutes stück leider fehl am platz ist das ist für mich klar das fahrzeug das mich am meisten geärgert hat von den ganzen fahrzeugen und das nicht mal unbedingt weil ich jetzt die konstruktion so schlimm finde nein die konstruktion ist völlig in ordnung für so ein kleines filmauto wir haben natürlich wieder die typischen marken die wir auch bei den anderen fahrzeugen hatten dass die reifen eben nicht gerade die schönste wahl sind aber das sollte euch jetzt bei dem dritten auto auch schon bewusst sein hier bei dem fahrzeug hat mich auch nicht die steine qualität gestört die steine qualität ist in ordnung und verkratzte fliesen fallen natürlich bei weiß nicht so schlimm auf wie bei dem schwarzen kit und auch beim aufbau hatte ich hier eigentlich keine probleme aber warum eigentlich ich hatte bei diesem set insgesamt zwei fehlteile eines sehen wir jetzt nicht mehr und eines musste ich dann schwarz ersetzen denn hier sollte eigentlich eine weiße zweimal dreier plate drin verbaut sein und ich musste sie dann schwarz nehmen aus meinem eigenen teile fundus weil ich leider gerade keine weiße zweimal dreier plate zur hand hatte und auch in den ganzen ich nenne es mal ersatzteilen die wir noch dabei haben haben wir eben keine zweimal dreier plate das sind alles andere teile und diese teile werden natürlich für den umbau dann zu dem schwimmenden fahrzeug gebraucht das finde ich aber auch suboptimal gelöst denn im gegensatz zum delorean wo wir ja den umbau jederzeit leicht realisieren können müssen wir uns bei diesem fahrzeug zwischen der a und b variante entscheiden denn die entscheidung ab der das fahrzeug komplett anders gebaut wird und auch nicht mal leicht umgebaut werden kann ist hier im vierten bauschritt das bedeutet wenn ich euch jetzt noch das schwimmende fahrzeug zeigen wollen würde dann müsste ich jetzt das ganze fahrzeug wieder auseinander nehmen und das finde ich durchaus suboptimal da finde ich das beim delorean viel schöner gelöst und ich finde man hätte das auch hier anders lösen können zumindest die ganze schwimmflossen konstruktion dass man natürlich hier vorne noch ein paar andere anbauten hat ist wieder eine andere sache aber die schwimmflossen hätte man recht leicht realisieren können auch ein großes problem hatte ich in dieser anleitung hier mit der farbwiedergabe zwischen weiß und grautönen wenn wir uns einfach mal den stand hier anschauen dann habt ihr ja hier vorne die round plates einmal in weiß ohne loch und einmal in weiß mit loch würde man jetzt meinen denn weiß ist leider komplett falsch das ist die farbe denn die round plates sind in diesen silbertönen und das finde ich in der anleitung absolut schrecklich dargestellt die trans teile sind hier übrigens ein stückchen besser sie sind immer noch ein wenig milchig beziehungsweise wirken einfach so weil sie doch recht starke kratzer haben aber es ist auf jeden fall viel viel besser als dieser versuch hier aber gerade das fehlteil und die merkwürdige farbwiedergabe hat mich hier schon sehr gestört denn diese merkwürdige farbwiedergabe haben wir natürlich nicht nur beim stand sondern bei so vielen teilen hier bei diesem fahrzeug dass mich das immer wieder aus dem konzept gebracht hat und das muss auf jeden fall besser gelöst werden und damit haben wir hier auch schon die gesamte dreiergarde stehen und ich finde es sehr sehr schade dass ich hier bei keinem fahrzeug wirklich durchgekommen bin ohne irgendetwas zu meckern denn am liebsten würde ich natürlich die fahrzeuge sofort durchwinken und würde sagen richtig cool aber das ist hier leider nicht gegeben selbst wenn man die teilequalität ausklammert die hier durchaus für modbricks relativ gut ist wie gesagt relativ gut im vergleich zu anderen herstellern geht das noch sehr sehr viel besser aber ihr sagt es ja schon richtig es ist eben altes modbricks wir wissen dass ein anderer kunde weiß es vielleicht nicht und da muss auf jeden fall noch eine schippe drauf gesetzt werden und das sage ich obwohl die steile wie gesagt für modbricks verhältnisse schon recht in ordnung sind wenn man jetzt mal von den total aus rutschern absieht insgesamt haben alle drei fahrzeuge so ein wenig das problem dass sie natürlich sehr sehr leicht auseinanderfallen das sind instabile konstruktionen und gerade beim delorean und bei kit sind diese natürlich nur für die optik gemacht worden und da finde ich das set dann etwas inkonsequent denn natürlich ist das eher ein set was man sich hinstellt und nicht zum bespielen geeignet das wusste man denke ich auch schon vorher dann hätte man sich aber auch bei kit die türen die man öffnen kann sparen können und hätte hier eben dieses wirklich unschöne detail an der seite weg gehabt das ist beim delorean viel viel besser gelöst und ich bin ganz froh dass sie bei dem lotus komplett darauf verzichtet haben vom konzept finde ich den delorean auf jeden fall am gelungensten weil man ihn recht einfach zu seiner anderen version umbauen kann kit hat erst gar keine andere version dort finde ich den unterboden absolut panne und die steine qualität fällt natürlich bei schwarz vom aussehen auf den ersten blick auf was auch kit leider von der optik am ende stört obwohl ich dort den bau sehr cool finde beim lotus von james bond haben wir eine steine qualität die besser rüber kommt weil eben die weißen steine auch eine etwas schlechtere steine qualität noch verstecken können was man dort aber nicht verstecken kann sind dann die farbabweichungen die wir durchaus bei dem lotus recht präsent sehen was mir dann wiederum von der steine qualität nicht so gut gefällt und der lotus gefällt mir von den umbau optionen auch nicht wirklich gut weil man das gesamte fahrzeug wieder auseinanderreißen muss um die andere version zu bauen hier geht es also nicht einfach wie beim delorean das schnell zu wechseln zusammenfassend kann ich sagen zu 100% hat mich hier leider kein fahrzeug überzeugt wenn wir zum beispiel den delorean für 10er bekommen hätten dann wäre das für mich auf jeden fall vertretbar für den lotus vielleicht auch noch 7 euro je nachdem und für kit allein vom teileumfang und dem was geboten wird hätte ich nicht mehr als 5 euro bezahlen wollen damit werden wir jetzt wenn wir mal großzügig aufrunden ich nehme mal die beiden zusammen jetzt einfach für 15 euro das ist schon mal ein faires ding und bei 10 euro bei den 25 euro die das set jetzt ungefähr kostet wir sind ja momentan bei etwas über 26 euro für den preis ist das ganze noch vertretbar auch wenn man hier natürlich keine gute qualität erwarten sollte das finde ich sehr sehr schade wenn modbricks sich hiervon lösen möchte dann müssen sie die sets eben entweder aus dem sortiment nehmen oder als bware beziehungsweise fehlerhafte oder alte ware verkaufen sie machen es ja schon richtig dass sie es repartiert haben denn für über 40 euro die dieses set eigentlich sonst gekostet hätte ist das meines erachtens schon sehr sehr frech was man hier geboten bekommt und da wäre ich als kunde echt enttäuscht gewesen solche faux pas wie mit der farbwiedergabe in der anleitung und die fehlteile die hier dabei waren die kommen natürlich noch dazu wo man dann sagt der hohe preis kann nicht an der qualitätskontrolle liegen und deshalb wie gesagt über 40 euro absolut übertrieben völlig grotesk meiner meinung nach für dieses set die 26 euro wenn man ein fan von den autos ist und über die marke die dabei sind hinwegsehen kann ist es okay mehr aber auch nicht ich hätte persönlich davon mehr erwartet aber davon sollte man wahrscheinlich abrücken leider wird man dabei modbricks des öfteren enttäuscht wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt dann schreibt immer gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben und ein abo daumen in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer Valleybrick